So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghosts of Coon Whitelands. Es ist noch Nacht, deswegen stehen wir den Truck jetzt auch wieder einfach so hoch. Das muss doch machbar sein hier. Wir, ähm, klickern die jetzt auch nicht alle, weil, naja, das bringt ja eh nichts. Ähm. Alle mal stehen bleiben, es sind Gegner in der Nähe, wie sie hier in Sicario-Team, die Kippe, wo sonst. Na, jetzt sind sie wieder draußen. Die Drohne ist oben, da ist einer mit Maschinenpistolen. Oh nein, die gehen wieder rum. Oh ja. Oh ja. Festhalten, Leute. Hier ist schon, ich komm nach. Okay, 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 go, 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 go. Okay, äh, ich brauch, also, ähm, wenn ich bis 40 das nicht schaffe, dann brauch ich gar nicht loszufahren. Ähm, 50 würden reichen, gerade so. Okay. Ja, und da ist jetzt Unidad. Willst du mich verquagen? Okay, wie interessiert das nicht? Das ist schön. So. 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 Wiedermitt mir? Ja, ist, ist gut! Lass mich in Ruhe! Let me go! Schnell rein, rein, rein... So... Jetzt schaffen wir es aber! Wir treffen uns da! Na ja! Gut. Wir haben jetzt eine Minute mehr... Als letztes Mal, oder fast. Und das sollte doch mal reichen hier. So, mal schauen ob wir jetzt alle wegballern müssen oder ob wir wieder einfach rausgehen. Ja, verlasse das Gebiet ohne gesehen zu werden, ihr Scherzkekse. Da ist auch einer. Da ist jetzt auch einer drin. Nein, 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 nein. Ähm. Verdammt. Zum Klickler schaut er an die Wand und nicht zu uns hin. Gut, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Gut gemacht, Moment. Ein paar Explosionen und El Chido hat die Hosen voll. Er hat Schiss vor rivalisierenden Kartellen. Also wurde das Konzert verlegt. Worum geht's? Um den höchsten verschissenen Gipfel in Malka. Besucher dieser schwer befestigten Bergspitze können die schöne Aussicht und eine riesen Statue von Santa Muerte genießen. Und es gibt nur eine Zugangsstraße. So kann man auch für Sicherheit sorgen. Wenn Sie wollen, schnappen wir ihn bei der Abreise. Zu riskant. Nach der Show verzieht sich El Chido auf dem schnellsten Weg nach Mexiko. Die beste Gelegenheit, und toll ist sie nicht, ist meiner Ansicht nach während des Konzerts. Scheiße. Okay. Wir holen uns Eintrittskarten und versuchen, El Chido nach dem Konzert mitzunehmen. Gut. Dann schauen wir mal. Santa Blanca will El Chidos Konzert unbedingt veranstalten. Mal schauen, ob Sie das ohne Ihren Star schaffen. Schnappen Sie El Chido und bringen Sie ihn her. So. Wo ist Helikopter? Der nächste Helikopter ist da drin. Natürlich. Ähm... Ja, machen wir doch erstmal das da. Und dann... Ja. So. Gut. Auf jeden Fall haben wir es geschafft. So, da ist Unidaz. In der Nähe treiben sich Gegner rum. Achso. Ich sehe ein Soldaten mit MP. Der Checkpoint da drüben. Ah, das ist ein Checkpoint. Wollen wir es mal auschecken hier. Hier ist ein Tango und das macht drei. Ziel gesichtet. Hm... Hier ist ja noch irgendjemand. In diese Gebäude da. Da ist er. Nummer 5. Wir haben Alarm eingerichtet. Wir haben Lichtanäle hier. Maschinenpistolen. Alter. So. Alles wegen so ein bescheuerten... Äh... Alarm... Äh... Ähm... Ähm... So. Eine gute Schusslinie. Ich hab das Ziel. Ziel markiert. Auf deinem Zeichen, Boss. Ziel eliminiert. Sehr schön. So. Dann schauen wir mal. Dann wecken wir den mal auf aus seinen schönen Träumen. Gut Ball. Hey. Wir hätten auch einfach... Ja. Ich hab schon recht. Einfach falsche Taste. So. Dann holen wir uns mal den Alarm. Der ist auf der anderen Seite, ne? Oder kann man den von hier aus treffen? Weiß ich... Ich glaub nicht. Ähm... Man muss, glaub ich, den... Ah... Den Kasten da treffen. Soweit ich mich erinnern kann. Komm hoch da. Ey, ey. Komm hoch. Geht da da. Geht da da. Die und die und die und die. In nächster Zeit ist keine Verstärkung zu erwarten. Der Alarm ist aus. Sind da echt nur noch zwei? Ne. Dachte ich mir auch. So eine Base mit nur zwei ist ein bisschen... Ah. Schafschützer, oben auf dem Taum. Ah. Den mach ich mal. Hi. Der hat da voll in meine Richtung geschaut. Ähm... Nachladen. Und nochmal hoch. Der Droge fliegt. So. Ich glaube, hier drinnen schlafen welche. Ja, da ist einer. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ja, der steht. Da ist einer. Da ist einer. Das macht fünf. Und da hinten. Da unten da. Ja, hier. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Verstanden. Unterwegs. Unterwegs. Ziele verstanden. Unterwegs. Ziel markiert. Ziel verloren. Ich muss eh noch warten, bis der da wieder rauskommt. Ziele. Ziel erfasst. Unidad Heli. Unten bleiben. Bin schussbereit. Heli. In den Staub. Kein Ziel. Wiederhole. Kein Ziel. Kein Ziel. Hmmm... Das war's für heute. na das ist zu blöd hier ziel verloren wo steht denn der jetzt habe kein ziel mehr so jetzt müssen wir mich eigentlich vereinen und bevor die ganzen leichen gefunden werden dann muss ich ja jetzt auch bevor er aufwacht in die Nüsse so eigentlich hätte er da jetzt die Leiche sehen müssen was ist verdächtig gesagt hier so passt doch gut so dann holen wir uns mal das da wir lassen die Rebellen wissen wo man den Nachschub findet sie können uns später danken ja genau dann schlagen wir mal Tester kaputt und holen uns warte ist das da drin ne das ist da drin aufpassen wir haben Gesellschaft haben wir nicht so dann schon mal kurz ähm wir haben elf Punkte Kanatwerfer stabiles Ding äh verbesserte Schalldämpfer da brauchen wir noch bisschen über 4000 Zieldauer können wir uns auch nicht leisten ja das kommt da müssen wir noch ein bisschen sammeln aber die haben natürlich auch kein H, äh Heli so aber die haben coole Fahrzeuge da vorne so so ooh ha 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 hm 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 äh kommt ihr mit alles ok, alles ok ja schon, ne sauber, alles sauber so los geht's so und jetzt wollen wir mal zur veranstaltung willst du den ordnern informationen absuchen wahrscheinlich hätte ich das machen sollen aber ja kein warum ja eigentlich soll ich es noch machen na gut ich mach jetzt mal weil wenn wir da wichtige infos bekommen würden und ich halte jetzt noch mal alles töten muss erkundig sagt ja das wäre jetzt nicht gut gut dann schauen wir mal also hier ist nochmal das da hier ist ein Klo da wird nichts sein so Entschuldigung so dann schauen wir mal in den Häuschen so vielleicht ist oben was beim scharfschützen was ich bezweifle aber hey die packen ja auch eine eine wichtige cd auf dem Herd also keine ahnung ja hier kommt alle viel zu spät hier ich könnte schon nix tot sein weh hier ist nix ne so das haben wir schon gemacht vielleicht hier drin wahrscheinlich das sieht doch aus wie ne Info ne oder auch nicht die Unidat ist im Anmarsch das wäre ein sehr komischer Ort das wäre ein sehr komischer Ort das wäre ein sehr komischer Ort ich warte mal kurz bis der weg ist und dann gehen wir weiter na los hier ist ein Block ist aber nicht wichtig und hier ist was ist aber auch nicht wichtig na schön dann alles umsonst cool ja ich geh schon zur Seite Entschuldigung so gut dann würde ich sagen die Unidat nähert sich ja schon genau von wegen der sieht uns vor allem er sieht mich fast hinter einem einen fetten Stein und sieht nicht meinen Kollegen der mitten auf dem Weg steht so ich würde sagen wir machen hier jetzt mal Pause und ja das nächste Mal das nächste Mal holen wir ja einmal einmal an so ein Betonding und die Scheibe ist kaputt und die Scheibe auch ja hochkarätiges Zeug ähm Alter wir müssen halt bis da hoch ja ich würde sagen wir treffen uns einfach hier oben ne also hier weil ja bis dahin oder wir machen zuerst diese Fragezeichen dann dieses Fragezeichen ja komm machen wir zuerst das gut dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und viel viel Spaß das nächste Mal bin beibebebe die beat Bis zum nächsten Mal.